Ein Herz aus Stein oder ein Herz aus Fleisch? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zu Beginn möchte ich vorlesen aus Sprüche Kapitel 4 Vers 23, wo es heißt Mehr als auf alles gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ja, was versteht man unter dem Begriff Herz in Bezug auf die Heilige Schrift? Hier habe ich einen Auszug von Biblehub.com zum Strongword 2588, Kadia, was Herz bedeutet. Die Verwendung für dieses Wort, das Herz, Geist, Charakter, Inneres, Selbst, Wille, Absicht oder Zentrum. Hier ein sehr, sehr spannender Auszug. Da heißt es, das Herz wird in der Heiligen Schrift über 800 Mal erwähnt, bezieht sich aber nie auf die buchstäbliche physische Pumpe, die das Blut antreibt. Das heißt, Herz wird nur im übertragenen Sinn verwendet, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Tja, mit was füttern wir unser Herz, das heißt den inwendigen Menschen? Vor allem aber, was kann passieren, wenn wir nicht behutsam mit unserem Herzen umgehen? Jeder hat schon mal was vom Begriff Verhärtung des Herzens gehört. Ein Zustand, der die Liebe, das heißt die geistlichen Früchte, nicht akzeptiert, das heißt blockiert, denn wir wissen. Der natürliche Mensch aber erfasst nicht, was aus dem Geist Gottes kommt, denn für ihn ist es Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es nur geistlich zu beurteilen ist. Wie kommt man also in den nicht erstrebenswerten Zustand des Nicht-Erkennens? Im Grunde genommen ist es immer derselbe Ablauf. Weltverbundenheit führt zur Sünde und Sünde zur Verblendung. Nur wenn wir als Menschen von der Welt ablassen, können wir uns auch für etwas Neues öffnen. Das Neue ist die Wahrheit in Christus Jesus. Wandeln wir also nach dem Sinn der Welt, bleibt die Gottesfurcht aus. Und bleibt die Gottesfurcht aus, dann werden wir unwiderruflich der Welt weiterhin als Sklaven dienlich sein. Deshalb, wohl dem, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird in Unglück geraten. Laut Sprüche Kapitel 28, Vers 14. Wandeln wir in der Furcht Gottes, das heißt in einer gesunden Ehrfurcht vor unserem Vater im Himmel, so kann normalerweise Sünde keinen Bestand haben. Wandeln wir aber nach unserem eigenen trügerischen Herzen, das heißt nach dem alten Menschen, dann gibt es auch Beispiele, beziehungsweise eine Auswahl an Gefäßen des Zorns. Ein sehr bekanntes ist der Pharao. In 2. Mose Kapitel 14, Vers 8 heißt es, Denn der Herr hatte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, verhärtet, sodass er die Israeliten verfolgte, obgleich diese mit hoch erhobener Hand ausgezogen waren. Oder auch 5. Mose Kapitel 2, Vers 30. Dort heißt es, Wir sehen anhand dieser Beispiele, dass jene Menschen verblendet wurden, damit Gott der Vater seine Macht als auch seine Gnade gegenüber seinen Nachfolgern zum Ausdruck bringen konnte. Das gleiche gilt für die Jünger Jesu, die anfangs im Glauben sehr wankelmütig im Glauben waren, das heißt ihre Sicht war ebenso vernebelt, aber nur so lange, bis sie sich von der Welt lösen konnten. Der Pharao war von der Welt und seine Bekehrung blieb aus. Die Jünger Jesu sind nicht von der Welt, deshalb bekamen sie Einsicht geschenkt. In Markus Kapitel 6, Vers 52 heißt es, Denn bei der Brotspeisung war ihnen, also den Jüngern Jesu, noch kein Verständnis gekommen, sondern ihr Herz, ihr Herz war verhärtet. Ja, so gibt es also Menschen, die gehören zur Welt und bleiben Sklaven des Fleisches, in Klammern Bösersame oder Stichwort Bösersame, und Menschen, die nicht zur Welt gehören und durch die Prüfung und den Beruf des Geistes den Ausgang erreichen. Ja, aber nicht jedes Herz wird zu Lebzeiten einsichtig. So wurde die Kraft Gottes, also der Heilige Geist, zu Pfingsten erstmalig den Jüngern Jesu offenbar und das war dann auch der Wendepunkt ihrer Nachfolge. Ja, davor waren sie für die Worte Jesu eher weniger empfänglich und noch uneinsichtig, jedoch schärften sich die Sinne jener Menschen durch die Führung des Geistes. Der springende Punkt dabei ist, dass die Jünger bis zum Ende am Wort des Lebens festhielten, egal was kam, sie waren dem Herrn treu. So sollten auch wir diese Treue behalten, um eben als treue Knechte den Lauf des Glaubens zu vollenden. So heißt es in Johannes Kapitel 12, Vers 40, Er hat ihnen die Augen geblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie mit ihren Augen nichts sehen und mit ihrem Herzen nicht zur Erkenntnis gelangen und sie sich nicht bekehren sollten und ich sie nicht heile. Ja, so bleiben aber auch viele auf der Strecke, weil sie nicht erkannt haben, was der Auftrag eines Christen bzw. Nachfolgers Jesu ist. Selbsternannte Gottesdienste, welche sich durch Fleischlichkeit auszeichnen und dabei die Erfüllung des Gesetzes außer Acht lassen. Liebe, Liebe, deshalb gib Acht auf dein Herz und vor allem, mit welcher Speise du dieses nährst. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. So heißt es nachfolgend in Lukas Kapitel 6, Vers 45, Ein guter Mensch bringt aus der guten Schatzkammer seines Herzens das Gute hervor, während ein böser Mensch aus der bösen Schatzkammer seines Herzens das Böse hervorbringt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wenn also das Herz bzw. der inwendige Mensch sich wirklich verändert hat, das heißt Christus Jesus das Wort Gottes Wohnung genommen hat, dann bleibt das im Wandel nie unbemerkt. Einen neugeborenen Christen zu erkennen, ist wirklich nicht schwer. Genauso wenig schwer, wie einen falschen Christen zu entlarven. Jedoch ist Letzteres eben häufiger in der Welt vorzufinden. Geschulte Sinne lassen leicht die Spreu vom Weizen trennen. Ein gutes Beispiel findet sich in der Apostelgeschichte beim Juden Apollos. So heißt es in Apostelgeschichte 18, Vers 24, Inzwischen war ein Jude namens Apollos, der aus Alexandria stammte, ein gelehrter Mann, der in den Heiligen Schriften außerordentlich bewandert war, nach Ephesus gekommen. Er hatte Unterweisung über den Weg des Herrn erhalten, redete mit glühender Begeisterung und trug das auf Jesus Bezügliche richtig vor, obgleich er nur von der Taufe des Johannes wusste. Die Begeisterung im Wort Gottes zu forschen und immer mehr ergründen zu wollen, ist schon mal ein durchaus gutes Erkennungsmerkmal, wenn es darum geht, einen Bruder oder eine Schwester im Herrn zu finden. Wenn diese feurige Begeisterung, die sich ausschließlich auf geistliche Dinge bezieht, vorzufinden ist, wird dieser Antrieb a. uns nicht nur in die Werke führen, die Gott bereitet hat, sondern auch b. reichlich Erkenntnis gewährt werden. Also uns wird auch reichlich Erkenntnis zuteil werden. Und daran werdet ihr sie erkennen. Daran, dass sie den Worten Jesu gehorsam leisten und den Gottesdienst im Geiste und nicht nach Art der Menschen zur Ausführung bringen. Daran werden wir sie, die wahren Brüder und Schwestern im Glauben, erkennen. Nachfolgend noch eine Wortstudie zum Wort glühend bzw. brennend im Zusammenhang mit der Nachfolge. Da haben wir das Strongword CEO. Hier zu sehen, hier auch nochmal der Ausschnitt von biblab.com mit der Strongword Nr. 2204. Und es bedeutet so viel wie kochen oder heiß sein. Ich koche, ich brenne im Geist, bin inbrünstig. In Römer 12, also Römer Kapitel 12 Vers 11 heißt es, im Fleiß oder andere Übersetzung im Eifer, nicht soll mich brennend im Geist, dem Herrn dienend oder Sklave seint. Ja, da haben wir auch dieses Wort CEO, brennend im Geist. Glühender Begeisterung. Sklave bzw. Diener Jesu Christi bedeutet als kriegstüchtiger Mann oder Frau, sich nicht mehr mit den unnützen Dingen des Broterwerbs auseinanderzusetzen. Das heißt, äußerlichen Dingen den Vorrang geben, sondern den geistlichen Willen Gottes zur Erfüllung zu bringen. Seine Aufgabe im Leib anzunehmen und aus geistlichem Antrieb auszuführen. Ja, Paulus sprach in Apostelgeschichte 18, 24 selbstverständlich von einem wahren, neu gezeugten Christen, der wie oben beschrieben heiß ist für die Nachfolge. Ihm jucken die Finger, er kann nicht anders als zu dienen und für das Reich Gottes zu arbeiten. Mit Interesse und Begehren ein Sklave im Geiste, gebunden, aus Zwang, Gutes zu tun. Ja, der Vater wird uns dann ziehen, wenn unsere Herzenshaltung die richtige ist und der alte Mensch durch den neuen Menschen in Christus Jesus ausgetauscht wurde. Deshalb, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Andere Übersetzungen, oder unterdrückt nicht, oder dämpft nicht. Als abschließende Erinnerung, der Geistdämpfer Nummer 1 ist die Liebe zur Welt. Also lasst euch nicht mehr am Fleischerhaken an dieser Welt aufhängen, sondern züchtigt euren Leib. Zerschlagt ihn in dem Maße, dass der Geist auch Einzug finden und zur Entfaltung kommen kann. Tja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort. Laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Euer Christian. Vielen Dank.